hallo leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge ls 19 wir sind immer noch auf der map sibasusum und in der folge wollen wir das gras weiter einfahren wir fahren das reißer und wir haben es ja in der letzten folge geschwanert und wir haben uns den ladewagen gemietet um das gras auch einzufahren und jetzt wollten wir auch schon die erste fuhr drin die ersten 20.000 liter jetzt holen wir schnell den rest rein dass wir auch den ladewagen schnell wieder abgeben können weil er kostet uns ja auch mieter deswegen so welche runde fahren wir denn jetzt ich glaube wir nehmen einfach nie erst auch doof einmal runter so leute wir nehmen erst mal die kleine strecke und dann nehmen wir uns die großen vor dass es hier auch ruckelig felsbrunnen felsen alles bergig haha hätte ich mir auch denken können so und rum so und hoch aber mit mit dem ladewagen da muss ja schon mehr kämpfen da fängt als mit dem schwader gut der brauchte auch kein wer hatte der hat sich glaube ich selbst geschwadert wenn man den bewegt hat aber der braucht ja auch noch der hat ja auch noch die kupplungs kupplungswelle ja genau das gäbe den gewiss das wo er mit der drehzahl das regelt der umdrehung in die kupplungswelle da hat er jetzt schon ein bisschen mehr zu kämpfen da fahren wir nicht mehr mit 20 hoch aber ist okay 12 kam ich glaube ich fand sie auch nicht schneller vielleicht ein bisschen aber auch nicht viel schneller dann machen wir doch nächstes mal wieder links nach rechts von rechts nach links wie man immer es wohl will so und dann haben wir fast 10.000 drin 100.000 wird fast knapp 100.000 100.000 wird fast knapp für für unseren bunker so oder unten ankommen muss nur so weise 15 sein passt sogar 15 dann hat die so recht so fast 16 so und rum um eine kurve so und dann können wir wir ja noch vielleicht schaffen das in der folge schon alles rein zu fahren dann könnten wir schon fast festfahren könnten wir schon fast festfahren ein foto können wir machen von den guten ein foto schön schön und auf geht's drehen aber die reifen los jetzt müssen wir noch einmal runter fahren ich weiß nicht ob wir dann ganz voll haben wir probieren dass sie noch mal mitzunehmen ein stückchen warum hier darf man nicht arbeiten ist okay so kann man ein bisschen in ansicht fahren die runde runter schon nicht mehr aus das licht so wenn man voll wenn man voll wenn man nicht voll das ist die frage aber wir sind fast von leute das heißt wir fahren ihn ab durch 60.000 liter wird werden das bestimmt ich habe den ersten falsch gesetzt wir probieren ihn jetzt ich mache das immer mittig wenn wir mal daran gewöhnen die erste lage bis hin seitlich zu machen so wir probieren das jetzt einfach mal hier mit rein zu kippen so so sehr schön der letzte zucker ist bisschen große uhr oder habe ich nicht aufgepasst mist da bin ich in unseren raps mit rein gefahren ist habe ich nicht aufgepasst ist so mist 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 so ist er ist auch noch unten sehr schön also 60.000 liter kriegen wir rein aber das müsste aber erstmal für die ersten kür reichen 60.000 liter wenn wir das mal umrechnen in heuballen 4.000 liter ist glaube ich heuballen ja 10 10 heuballen 15 heuballen kriegen wir vielleicht hier raus gut wir müssen auch noch bedenken das welt war voller voller unkraut vielleicht kann man auch deswegen nicht ganz so viel ganz so viel gras hier runter das müssen wir in der nächsten saison mal aufpassen so und rum ich weiß gar nicht gerade dann glaube ich auch noch ein gewicht naja uhr der fährt weiter das habe ich ganz vergessen wir haben nur auch nur ein gewicht zum festfahren dann fahren wir das so fest das kriegen wir wohl festgefahren ist ja nicht so viel ich hoffe dass auch noch in der folge so jetzt haben wir schon wieder 8000 drin wenn wir jetzt den hier vorne den hier vorne so ja und dann können wir auch wieder anfangen unsere felder zu ernten unser raps der kann runter den können wir dann verkaufen oder einladen das werden wir dann noch sehen auch mal gespannt wie viel darunter kommt und was wir dann als nächstes anpflanzen am besten irgendwas wo wir geld mit scheffeln soja bohnen vielleicht da müssten uns aber wieder glaube ich das gebiss dazu leihen oder wir kaufen es uns auch kaufen es zu teuer dann leihen wir uns das lieber für 4000 oder so bevor wir das kaufen oder nochmal raps könnten aber auch einmal ruhig weizen nochmal wir gucken mal wie viel ich glaube da kommt aber nicht viel raus wir können mal kurz gucken ja gut ist es sehr erntereif wir könnten es ernten und den noch so lange behalten und das stroh verkaufen so 20.000 kriegen wir zusammen fast also um die 60.000 liter sind da drin das ist ok so nochmal 60.000 liter das müsste eigentlich reichen wo kommen wir hier rum weiter so zack so oder noch den aus dann können wir den abkuppeln nämlich dann können wir den können wir unseren händler kollegen sagen hier kannst du wieder abholen gemietete fahrzeuge ja ja ganz abholen danke so wenn wir hier das jetzt mal festfahren schnell kommen wir mal 65.000 liter das ist okay für den anfang für die ersten kühe da brauchen wir nicht ganz so viel so ja so leute aber ihr wollt jetzt bestimmt nicht sehen wie ich die ganze zeit das festfahrt deswegen würde ich mal sagen ich mache das jetzt schon mal immer so weiter und nach den cut sehen wir uns wieder bis gleich leute so leute willkommen zurück wie ihr seht ich habe es komplett dicht gefahren das silo sondern gehen wir mal rein so leute und er sehr schön dann kann das schon mal so salieren so mit dir können wir schon mal den hänger holen und machen wir jetzt noch mal ein paar minuten zeit so komm her und den hänger und dann würde ich sagen gucken wir mal kurz reif so dann können wir dich nehmen so starten wir dich mal so dann fangen wir mal ein bisschen rückwärts stoppst du denn so so dann x für auffahren dann starten wir mal unsere hochleistungsmaschine und dann gehen wir in den raps leute ja hier ist leider noch ein bisschen wie heißt es ein bisschen Unkraut mit drin mit auf der hälfte deswegen kommt hier wahrscheinlich nicht ganz so viel raus ihr seht ihr mal 200 das wird echt wenig was hier runter kommt auf der anderen seite ein bisschen mehr weil über die hälfte da haben wir noch spritzen können aber aus fehlern lernt man nächstes mal spritzen wir haben jetzt auch eine spritze für unkraut das können wir in der nächsten folge direkt machen so aber jetzt leute wir ernten unser erstes eigenes korn dafür brauchen wir auch mal wieder ein foto erstes eigenes korn unseren ersten raps ernten wir so da machen wir mal ein foto und zack sehr schön einsteigen und weiter geht die schöne fahrt aber schade das habe ich nicht mit gedacht dass wir wegen dem unkraut naja aber wir werden sehen was aus dem feld rauskommt oben wo kein unkraut ist da werden wir auf jeden fall mehr auskriegen kalken werden wir fliegen brauchen wir nicht das haben wir ja schon gemacht so müssen wir nicht ein vorgewände machen eigentlich nicht wir können gleich so rauf fahren ich weiß auch gar nicht ob er das was wir jetzt rauf kippen direkt als dünger wieder nimmt also das kleine häckselte hinten das weiß ich gar nicht boah der ist so schwerfällig ne boah der ist so schwerfällig naja 700 also viel raps glaube ich hier nicht runter kriegen da müssen wir mal gucken wo wir gut was für kriegen ansonsten lagern wir das erstmal ein für schlechte zeiten wenn wir doch mal was verkaufen wollen und geld machen wollen so die kleinen unten um ne die knicken nicht um so können wir ein bisschen ändern sich nochmal fahren hier ist es nicht ganz so laut wie hört es im hintergrund leise also ist lauter hier sitzen wir auch in der geschützten kabine das ist sowieso ein bisschen leiser da würde ich sagen drüben auf dem feld brauchen wir auch keine schwarz legen das schießen wir auch so aufs feld dann werden wir einmal weizen anpflanzen oder gerste da bin ich noch nicht ganz sicher und das werden wir dann auch verbinden bei ballen pressen müssen wir uns ja auch leihen dass wir das direkt mit den heubeilen zusammen pressen werden die wir da mähen werden das werden wir auf jeden fall auch noch machen dazu müssen wir das mal wachsen wir müssen das unkraut dann weg bringen das feld werden wir hier auf jeden fall auch nochmal vergrößern dieses große stück das werden wir auf jeden fall auch vergrößern nur dass sie das bisschen blöd gesetzt ist aber jetzt nicht ganz so schlimm dieses stück werden wir dann auch noch fliegen da muss man glaube ich noch ein großes stück kalten alles was wir geflügt haben müssen wir noch nachkalken aber da sehen wir wenn alles abgeerntet ist was gekalkt werden muss und das machen wir dann auch dass wir gleich schnell wieder schnellstmöglich das nächste korn rauf kriegen also nicht kauf runter kriegen in die erde dann haben wir in der folge richtig schön was geschafft das gras fällt alles runter holt festgefahren wir fangen ab an mit den raps ja da haben wir schön was geschafft dann könnten wir sogar vielleicht den helfer hier anschmeißen dass er das macht und wir vergrößern schon das fällt das wäre natürlich eine möglichkeit für die nächste folge das könnten wir natürlich machen weil hier dieses stück vergrößern könnte man zwar auch aber das ist schwachsinnig da hinten können wir noch ein bisschen so dass wir drehen können nicht vielleicht direkt auf die straße fahren müssen so leute aber wir sind wieder am ende dieser folge angelangt das ist mal auch wieder eine folge wo ich einen cut mache weil so cut mache ich eigentlich ganz selten in einer folge aber wenn ihr wissen wollt wie wir in der nächsten folge das feld vergrößern und wie viel raps wir von dem feld kriegen schaltet ein zu einer weiteren let's play folge alles 19 auf der mit feldsbrunn mich würde es freuen wenn ihr mir in kommentare feedback da lassen würdet ihr wisst es ich brauche es ja nicht jedes mal wiederholen ich sage auf jeden fall bis zur nächsten folge tschüss